Es geht gleich los. Es ist losgegeben. Hallo, hallo. Hi, hallo. Guten Abend von Bro Bro and Buddy hier in Fulda in Deutschland bei meinem Opa. Hallo Opa. Du darfst auch was sagen, Opa. Du bist jetzt voll live dabei. Wie wir es euch versprochen haben. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Das macht gar nichts. Wir stellen dir alle Fragen. Genau. Wie wir es euch versprochen haben, wir gehen jetzt jeden Tag mit euch live, weil wir euch jeden Tag ein anderes Keto-Brot vorstellen werden. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal versucht habt, ein Keto-Brot zu backen, weil, wie wir gelernt haben, ist das gar nicht mal so einfach, erstens ein leckeres Rezept zu finden und zweitens, dass es dann auch wirklich funktioniert. Da hat nämlich mein Bro auch noch ein paar Tipps und Tricks für euch. Genau, dazu kommen wir aber später. Ihr seht, Opa ist schon voll am Geniessen und was wir euch damit auch zeigen wollten, ist, dass wir eben, dass die Leute, hallo, hallo, dass die Leute schon früher sich extrem ketogen ernährt haben, also extrem viel Fett zu sich genommen haben und in Form von eben Fleisch, Käse und dann das Brot oder jetzt bei diesem Fall, das ist ein Lieblingsgericht von Steffi hier, Mitte Deutschland, also Hack, oder? Frisches Hack, gewürzt. Und wir haben jetzt einfach das normale Brot von der Brotzeit, was ihr sicher von euren Grosseltern und allen kennt, ausgetauscht mit Keto-Brot. Also einmal darf ihr noch das leckere Walnussbrot von gestern probieren und dann haben wir heute noch ein neues gemacht und das Rezept kommt sowieso nachher noch rein. Also, Opa, die erste Frage. Wie sieht es aus? Gut, beschissen ist gefragt. Also mit den Sprichwörtern habe ich hier noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich glaube, okay, Opa. Ich habe das ja noch gar nicht probiert. Ja, nein, aber man muss ja mal die Textur. Sieht es fast aus wie dein Brot oder sonst immer ist, Opa. Nein, 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 das ist... Ein bisschen heller. Das ist heller, das ist heller, das ist dunkler. Genau, und jetzt wird es mal probieren und ihr habt es ja schon gemerkt, er wird direkt sagen, wie schmeckt er nimmt kein Blatt vor den Mund, also keine Angst. Also wir freuen uns auf deine ehrliche Meinung, Opa, gell? Ich habe keine Angst. Und ist doch toll, also wenn man bei den Grosseltern sein darf und wenn sie so offen sind, was Neues zu probieren. Und das Spannende weiss, ich zeige es euch schnell, das Brot selber eben. Es sieht wirklich toll aus wie ein reguläres Brot. Schön auch eingeritzt und ihr seht auch, auch wieder luftig und toll. Jetzt sind wir mal gespannt, also ich es dann probieren, dann mache ich das breit mit ein bisschen Butter und mit dem Hack. Mit dem Mett. Mit dem Mett, ja. In Berlin auch als Hacke-Pizza bekannt. Genau, jetzt. Jetzt geht's los. Ich seht, ich bin schon ein ganz bisschen nervös, aber ich lasse mal die Kamera auf den Zweiten, ich lasse mal die Kommentare. Hallo Silvia, hallo Daniela, hallo Julia, hallo Katharina, also super. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, wir sind bei Opa in Fulda, zu Hause aus in Deutschland. Und er probiert heute das erste Mal unser Keto-Brot. Und da sind wir natürlich gespannt, wie es ihm schmeckt. Und der Bro schaut natürlich extrem spannend zu. Also Opa, ja, du bist wieder dran. Opa, wie schmeckt's? Ja, den Tisch gesetzt hat er nur halb gedeckt. Da könnte auch Femme oder so was hin. So, also es gehört noch Salz und Pfeffer eigentlich dazu, aber wir wollen ja wissen von dir, wie die Textur vom Brot ist. Also nicht vom Mepp mit Salz und Pfeffer, da ist Daniel jetzt gerade noch mal in die Küche gegangen, das verfeinern wir jetzt noch. Aber es geht ja einmal ums Brot. So ist das richtig, so ist das richtig. Also Geschmackstestanlauf Nummer zwei. Also ich glaube, wenn er es ja schon nachwürzt und schon probiert hat, dann glaube ich, dass es einen gewissen Geschmack hat und ja auch Munde. Aber wir bleiben gespannt, gell Pini? So. So. Was steht denn in den Kommentaren? Das beißt sich kürzer wie uns, wie das Brot. Das beißt sich kürzer heisst in seinem Mund, es ist etwas luftig und weicher. Also von dem her, die Textur, die er sonst kennt, ist ein bisschen härter, vor allem von der Kruste. Und vom Geschmack her, passt's zu Matt? Na gut. Schmeckt gut, also ich würde mal sagen, das ist so ein Daumen hoch und wir freuen uns schon richtig. Und ihr seht, auch im Alter ist man noch voll mit dabei, was Tolles zu probieren. Das beißt sich kürzer, das ist schnell gegessen, das ist der Vorteil, es verdaut sich dann auch schneller, weil eben die ganzen Weizen nicht dabei sind und du die Energie über das Fett dann beziehst. Und was ihr Steffi oder Bro gesagt habt, morgen gibt es ja noch ein paar Kitchen Hacks, wenn ich dann das Brot mache, was ihr beachten müsst. Und das hat uns extrem gefreut, war ihr heute Abend dabei und ich ein grosses Dankeschön und Applaus an Opa! Opa, möchtest du auch noch schnell was sagen deinen Zuschauern, die dich da gerade bestaunen? Ja genau, kann man essen, Katharina. Und was haben wir denn das Brot gemacht? Ja, wir haben das Brot gemacht, also ich. Danke. Ich habe das Brot gemacht. Schmeckt es jetzt besser? Also das beißt sich kürzer wie das Bäckerbrot. Aber ist lecker. Ja, ist lecker. Ja, wunderbar. Mehr braucht man nicht zu wissen, also. Also ich würde sagen, Tess bestand bei Opa, es beisst sich einfacher als das normale Brot. Ich glaube, das ist ein positiver Wort. Und Julia, danke fürs Zuschauen. Schaut doch schnell nach, da war ein kurzes Live, wo ich glaube, Opa hat Hunger. Und wir sehen uns schon morgen wieder. Tschüsseli! Tschüsseli! Papp!